So, liebe Leute, ich bin gerade in Hannover, mein Heimatort, ein bisschen so in der Umgebung, wo die Gärten sind, grüner Lagen, hier ist so ein kleiner Überlaufteich. Ah, was haben wir denn da? Einkaufswagen. Schwein allein, naja, was soll's. Wie man sieht, kein Schnee, ist Hannover sowieso ein bisschen selten, aber schön kalt und sonnig. Ideal zum Spazierenlaufen. So, da hinten kommt auch noch ein interessanter Baum, voller Mistel. Ich zue mal ein bisschen ran. So, da hinten kommt auch noch ein bisschen ran.